Wir haben gestern den Zucuray angelegt. Das ist am östlichsten Zipfel von Qua, ein mini kleiner, teilweise ganz schön verfallener Stadthafen. Und wir haben uns gestern mit Carlos Bruder und dessen Frau getroffen. Das ist ein schönes kleiner Kirchton, der macht ganz süße Glockenschläge. Und hier waren wir essen. Das war sehr, sehr lecker. Wir haben Fisch gegessen. Einmal rum, das war es auch schon. Da hinten ist der eigentliche Anleger. Ah, da liegt sogar noch eine Jacht. War ganz schön. Aber kein Highlight. 7.41 Uhr. Wir verlassen Zucuray. Schön war es hier. Aber vor allem, weil wir uns mit Carlos Bruder getroffen haben. Donnerstag. Wir sind jetzt dreieinhalb Stunden von Scredo da hinten. Motorrad, teilweise Sonnenschein, einmal Regen. Ich musste mich kurz ausruhen nach einer Hochzeichen Nacht. Jetzt ist Wind. Knotenwind. Da unten ist Quatschola. Hier ist die Inscredo, wo wir letzte Woche mit den Kindern eine Nacht verbracht haben. Wir steuern jetzt wieder auf den Quatschow und die überlegenden Düsen. St. Clement, wie man sie ausspricht, weiß ich nicht. Man sieht sie da hinten. Unter diesem Wolkenberg. Ein kalter Wind. Das Wasser hätte 24 Grad. Aber der Wind ist ein bisschen kalt. Wieder im Anwindkurs. Ein bisschen hier durchkreuzen. Da ist ein Delfin. Da ist ein Delfin. Zwei. Der war gerade an unserem Hof und ich habe es mich gebildet. Ach Carlo. Hier fahren wir nochmal an Quar vorbei. Heute ist Donnerstagvormittag. Wir sind da hinten aus der Marina Parvizana raus. Hier scheint jetzt noch die Sonne bei uns. Da hinten blitzt und donnert es schon. Wir fahren einen schönen Raumbindkurs mit 15 Knoten Wind. Wir haben heute nur den kurzen Weg gesplit geplant. Wir fahren jetzt aber noch schönen Wett hier. 5,4 Knoten Wind. Es wiegt. 5,5 Knoten Wind. Noch haben wir Sonne. Carlo ist gut drauf. Yeah. Uns geht es so gut. Uns geht es so gut. Laut Wetter Online soll es eigentlich links von uns bleiben. Alles ist gut. Das ist gut. Da hinten sind Segler. Über dem hat es vorhin geblitzt. Spannendes Wetter heute. Zu unserer Rechten ist schönes Wetter. Und zu unserer Linken ist dunkle Gewitterwolke. Wir versuchen jetzt da möglichst weg zu bleiben von dem Gewitter. Es hat jetzt aber doch so zwischen 16 und 20 Knoten Wind. Da wollten wir jetzt auch den Motor. Jetzt schauen wir, dass wir am Rand des Gewitters irgendwie bleiben. Das Meer ist jetzt ganz türkis. Wahrscheinlich sieht man es nicht auf dem Film, aber es ist gerade richtig beeindruckend. Wir fahren von Quar jetzt Richtung Prag zu unserer Lieblingsfrucht. Weil da wo wir hinwollten, das ist Drohgier. Da ist noch ganz hell, da wollen wir jetzt sitzen. Es ist sehr gesegelt einer, als ob nichts wäre. Ach, 20 Knoten Wind. Da wird jetzt auch kalt der Wind. Es ist 12 Uhr Mittag. Wir ankern wieder in unsere Lieblingsbucht. Und die ist wirklich sehr geschützt. Es hat, wenn die Sonne rein scheint, grünes Wasser. Es tut es gerade nicht. Im Hintergrund donnert es und blitzt es noch. Aber wir stehen jetzt hier, Gott sei Dank, ganz ruhig. Da bin ich jetzt froh. So, das ist Segeln in Kroatien. Heute Morgen mit viel Wind gestartet. Dann plötzlich ein Gewitter aufgezogen. Flaute, viel Wind, Flaute, viel Wind. Wir haben zwei-, dreimal Segel runter, Segel rauf. Haben uns dann hier mit Blitz und Donner in diese Bucht gerettet. Und jetzt scheint die Sonne. Jetzt sollen wir wahrscheinlich nochmal baden. Das ist unsere Bucht, wo wir schon 2018 mit den Kindern entdeckt haben. Letztes Jahr da hinten am Katamaran mit den Freunden eine Nacht verbrachten. Und jetzt sind wir wieder hier. Und der Anker liegt direkt unter uns. Und hat sich sogar irgendwie eingegraben. Jetzt filme ich mich auch mal. Das sieht man auf dem Film. Mir geht es gut. Das ist die Bucht Smirka. Irgendwie so geschrieben. Im Smirka auf Bratsch. Sehr schön hier. Und Türkis vor allem. Das mag ich besonders. Und sicher. Geht ins Wasser. Ist es so weit? Ja. Oh, ist es schön. Es ist wirklich. Wir haben jetzt zwei Stunden total schön Pause gemacht. Ja, ich weiß. 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 Ich weiß. Und da ist. Das geschneet ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020